Ich habe keine Ahnung, ich komme aus Hettingen eigentlich. Untertitelung des ZDF, 2020 Schwer krank. Das letzte Video ist geil geworden. Das war gut. Außer dass ich bei einer geilen Aktion, weil ich einfach selbst zugucken wollte. Na ja klar. Auf geht's. Auf geht's. Auf geht's. Wussfeuer fertig? Ja. Nach hinten, nach hinten, nach hinten. Nach hinten, nach hinten, nach hinten, nach hinten. Nach hinten, nach hinten, nach hinten. Nach hinten, nach hinten, nach hinten. Abzählen, Saarbrücken. Nach hinten, nach hinten, nach hinten. 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 Auf, Bibi, hol ihn! Jawoll! Die Nummer 16 liegt am Boden und im Abseits. Trotzdem schöner Päppchen. Päckle das Rotkäppchen. Komm, Jungs! Support hier! Komm, Support! Hine hier, Jungs! Hine hier! Nein! Hie, Mann! Hie, Mann! Hie, Mann! Ja, Mann! Hie, Mann! Hie, 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 Hie! Hie, Hie, Hie. Way to go guys, Just like that. Hie, Wah! Fie, throwsseek kit! Wer hat? Wer hat? Wer hat? Ist nicht jeder so ein riesen Dulatsch wie der Jan? Beugen! Fassen! Warten! Binden! Ein, zwei! Jawohl! Jawohl! Schönen! Komm, noch einmal! Stimme! 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 Raus! Jawohl! Gut so, Jungs, weiter. Michael, komm, komm. Katschur, aber gerade könnt ihr bitte hoch zu meinem Auto laufen. Da ist hinten im Kofferraum, sind zwei Kästen Bier. Könnt ihr die mit hier runterbringen, ja? Also das ist so roter Renault oder orange Franzose. Franzose werdet ihr da direkt erkennen. Also Karre mit Auto. Genau, es steht hinterm Tor. Gut, danke euch, Jungs. Komm, Daniel. Komm, Jungs, weiter so. Das hat auch gut ausgesehen. Komm, Jungs, sehr gut. Auf geht's, Jungs. Geil. Ja, schön. Jungs, kann ich mal neulich einen Pflänz haben? Das wär nett. Mich dürstet ein wenig. Genau, als Medienmensch. Danke. Ich bin der Kameramann. Ich bin der Kameramann. Ich kann ja wohl nicht nüchtern filmen. Ich bin der Kameramann. Ich bin der Kameramann. Ich bin der Kameramann. Jetzt lösen, Rot! Weg holen, Rot! Weg holen, Rot! Weg holen, Rot! Weg holen, Rot! Er liegt auf ihm! Weg holen! Guten Tag! Ute, Ute, Ute. Weg holen, Weg holen! Weg holen, Weg holen, Weg holen! Weg holen! Weg holen, Weg holen! Weg holen! Weg holen! Gerrie kommt! Geri! Geri! Jungs, 10 Meter, geht er weg! Aufbauen! Rausheim, raus! Los, hier! Hey, nein! So mag ich schicken, da kriegst du keinen Ball! Oh Mann! Der Kick ist angefangen! Danach geht's weiter, Jungs! Danach geht's weiter, guckt auf den Ball! Ich habe die Geriode gezogen, zu mir, wenn ich in einer linie Treue, dann bin ich nochmal zurückgekommen in letzter Woche. Ich habe das Boll gefunden. Trüfte Stiefelung, Tup! Schlaf, zu schlaf, zu schlaf! Knall ist weg! Das ist ein Hütegerät! Und das ist ein Hütegerät! Und das ist ein Hütegerät! Beugen! Fassen! Warten! Binden! Beugen! Beugen! Fassen! Warten! Binden! Komm raus! Das war grad sau unpassend. Eigentlich hätte einer von euch aus Spielfeld kurz können. Casey hatte seine Kontaktlinse. Und ich hab Binden gefragt, ob das genehmigt wird, dass wir gehen. Ich stell's grad auf. Danke. In der Herbox! Das ist deiner Wachs! Aufwachs! Roll ihn hier! Ja! Wegrollen rum! Dankeschön! Herzlichen Aufruß! Timo, noch rein! Komm, geh rein! Ball! 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 Neun! Neun ist drin, Jungs! Neun ist drin! Neun ist drin! Neun ist drin! Pick and go! Pick and go! Pass auf! Dann hin! Schlösen! Zubachen passt nicht! Bingo! Bingo! Drei! Drei! Unser Mann! Schön! Letzter Fuß schwarz! Jawohl! Okay, geht ab! Formel wall! Mit ihm! Mit ihm! Gut Tackle! Gut Tackle! Okay, Thomas! Geht ab! Geht ab! Ja, einfach mal schnell! Das war im letzten Spiel, wo es abkommt, wo ich gefühlt habe. Nee, es war ziemlich knapp beieinander. Aber wir hatten in der zweiten Halbzeit, da haben nur noch wir gespielt. Mal sehen. Der Moment ist ja echt gut. Ausgeglichen. Wir können schon reden, macht nichts aus dem Ton. Ist halt dann drauf. Ich würde dich eh die ganze Zeit abwenden, weil ich mich konzentrieren würde. Halt sie immer noch. Jungs nach links, verschiebt euch Jungs, verschieben! Und nochmal, unsere Gasse! Das ist eine gelbe Karte, Harry! Das ist eine richtig geölle Position! Komm Jungs, auf geht's! Schick mal jemand, schick jemand! Das ist eine gute Morde! Hoch! Weg, weg ihn jetzt! Siegen jetzt! Komm, auf Jungs! Unser Ball! Was geht denn da ab? Wir finken! Wir finken! Ja! Ja! Auf! Mach mal los! Kick, Kick, Kick! Blösen! Dankeschön! Ballung! 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 Komm Jungs, ein Linie Jungs, auf jetzt! Bux, einmal! Ball. Jawoll, sehr schön. Wunderball, wunderball. Ruhe, Jungs. Und jetzt nach vorne. Geh, Casey, auf. Und das gleiche nochmal. Schön, Waran. Und Geh, Waran. Sehr gut, Jungs. Jungs, Jungs, guck, wo ich bin. Gerrit, Gerrit, komm, hier. Ja. 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 Ja, ja. Ja. Ja, ja. Sonst geht's. Muss er sicher kicken, dann ist er halt nicht so weit. Seine Mutter hält sich da raus. Wird das auch so ne Arschgeburt wie du, Ben. Warten, warten, Winken. 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 Im Fuß, okay. Schwarz, im Boden. Geh, Daniel. Geh, Daniel. Auf den noch. Rack over. Das wäre ein Anzug. Das wäre ein Vorteil, ja? Ist der ja so geil, Daniel. Vorwurf von Schwarz hier. Kein Ausnahmuster gut. Geh, alter Wirt. Spielt ihr dann gar nicht, oder was? Ich weiß nur, läuft ja eigentlich ganz gut. Jo, klar. Ich kann halt nicht viel... ...beitragen. Geil, der ist da voll ins Gesicht gefallen. Daniel. Warte, was ist denn das? Jawoll. Geh, alter Wirt. Geh, alter Wirt. Geh, alter Wirt. Geh, alter Wirt. Vorteil. Zubastel. Zubastel. Unser Ball. Unser Ball. Zubastel. Nicht zu viele rein. Jawoll. Schwarz hat den Ball runtergedrückt. Weil es rot da noch um den... Und jetzt, Jungs, Ruhe bewahren. Komm Jungs, jetzt ganz ruhig. Unser Ball immer noch. Weg 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 weg. Geh, weg weg. Geh, weg weg. Geh, weg weg weg. Komm, jetzt muss ich sauber spielen. Das wird ja alles, was ich sage. Naja. Off. Dimi. Jawoll. 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 Jawoll Jungs. Sehr geil. Sehr sehr geil. Sehr sehr geil. Schönes Ding. Wasser. Wasser! Hinter euch! Ihr kommt hinter euch! Ich bin hinter euch! Kommen! Geil! Sieht geil aus! Komm, komm, komm! Hey Jungs! Jungs! Hallo! Schön, Casey! Unser Ball! Und hinterher! Hol ihn! Hol ihn! Was war denn jetzt? Ja, wahrscheinlich angeblich Absatz. Oh! Alter, das ist so ein Schwarzschirm! Komm Jungs, weiter! Genau so weiter! Und passt auf jetzt! Ja, Grasbogen aufpassen! Die Schweine! Kommt Jungs! Ey Jungs, das sieht super aus! Weiter so Jungs! Weiter so! Tim, hinten! Pass auf! Casey, Varan, weiter so! Roland, super! Auf geht's! Rauf! Hol ihn! Ja, komm! Was war denn das? Das war an der Schulter! Jungs! Ja! Rauf! Hol ihn! Ja, komm! Was war denn das? Das war an der Schulter! Ja, unten, wo ist die Schulter? Ne! Lepp! Die Schulter! Tim, zur Schule! Tim, zur Schule! Hallo, da war es jetzt! Hier noch, hier noch, hier noch! Komm hier auf! Komm hier auf! Tempere A! Am, defra! Tiefer! Dort, fliegen mit dem! Tiefer! Wir werden runter jetzt! Was ist denn das für ein Rack, Alter? Der Boden ist sauer. Komm, von der Entfernung kickt das Ding doch raus. Das geht so pervers rein. Wir fliegen einfach mal 10 Meter zurück, das ist so geil. Mit den Jauer. Wie steht da wieder? Das geht so gut. Warten, raus. Sehr Hammer. Recht, recht, recht. Okay. Geh! Sauber, Jungs! Hey, da geht's von der Seite rein! Wir! Alter! Aufhalten! Linienleute! Reorganisiert euch verdammt! Aus! 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 Schön, Lars! Ach, Scheiße! Jawoll! Pfeff! Echt? Wann draußen lassen du den Bolzen mit? 1 1 10 Minuten? Kann ich ihn mit один? 5 bis 10 Minuten. 10 Minuten, 30 Minuten Spielzeit. Schön, Daniel! Und hinterher! Jawoll! Und nochmal hinterher! Jawoll! Zäckle ihn! Zäckle ihn! Jawoll! Super! Tobi, fäng die Tür an! 2 Minuten! Okay! Bisschen Bild leer! Bisschen! Ich hoffe! Ich danke dir! Aber gleich bist du eh nochmal im Bild! Das Spiel geht in die Richtung, nach rechts! Komm! Guck, guck, guck! Guck, guck, guck! Guck, 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 guck! Guck, guck! Oh, Getsch! Hallo! 3 Minuten! Los, 3 Minuten! Wir haben alle geschlafen, dann müssen wir nach vorne! Sicher, Lars! Sicher, sicher, sicher! Sicher! Ja, 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 ja! Der Auffasser! Fahrzeuge! Kur, Kur! Ja, ja! Ja, ja, ja! Ja, ja! Komm mit! Ja! Komm mit! Komm mit! Mit ihm! Mit ihm gehen! Mit, mit, mit! So he can play one half. Lige jetzt! Geh mit! Komm, jungs, rein! Aussehen! Komm, jungs, rein! Komm, jungs! Komm, jungs! Komm, jungs! Komm, jungs, rein! We need to play the trick now, too, right? No! How much do you want to? Okay, stay! You want to stay? Okay. We need to play the trick now. Okay. Folgen! Fassen! Warten! Winden! Eins, zwei! Warn! 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 Ich hab mir Münze geworfen, ich hab gewonnen. Warn! Halt! Warn! 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 Das ist ein Sieger, aber der Punkt. Folgen, passen, warten, finden, und frei. Aus, auf, auf. Das war's, liebe Jungs. Jetzt stoppen, verschieben. Aus, jetzt. Gute Weh, Kai! Gute Weh, Kai! Gute Weh, Kai! Scheiße! Gute Weh, Sauber! Super, Temme! Gute Weh, Kai! Gute Weh, Kai! Es ist heute kein Bildschutz dabei. Besorg dir einen. Gute Weh, Kai! Puh! Spannend. Sehr, sehr spannend. Asso? Nein, na? Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Flach 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 Geht an den Ball! Geht weg! Halt von den Roller! Schieb an die Beine! Links! Link! Kimo! Ball aufheben! Ja, halt einfach gucken, konzentrieren, ja? Gucken, wo auf welcher Seite es Sinn macht. Drei Stürmer mindestens zusammen, ja? Und nicht auf eine Seite spielen, wo nur zwei Leute sind zum Beispiel. Immer gucken, wo es halt Sinn macht. Los, weiter! Geschmack! Unkick, zweite Hälfte! Zwischenstand! 7-5 für Hochspeilern. Warte! Ich mach dich doch mit Namen. Zeug doch viel. Hilfe! Ja? 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 Ja, das ist ja gut aufgestellt, man guckt dir auf jeden Fall alles mal genau an, wo du spielen wirst, ist da hier im Gedränge, deswegen guck dir da einfach mal an, was die so machen. Such dir am besten mal eine Nummer aus, die du auch so ein bisschen beobachtest, schau dir vielleicht mal, ja Casey kannst du dir mal angucken oder Tim, einen von beiden kannst dir aussuchen, kannst auch mal gucken, was die erste Reihe so macht, einfach mal schauen, was die so treiben, halt einfach, kannst dich mal auf eine Nummer konzentrieren und mal genau gucken, was die so macht. Was, 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 was? Außenwasser. Ja. 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 Der andere muss ein paar Meter zurück. Ruf! Ruf! Patrick Rauch! Ja, ja. Danke, Harry! Stehen! 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 Ruf! Zurück! Schuhe! Ruf! 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 Mauer! Mauer! Auf geht's! Auf geht's! Ruf! 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 Sie stehen! Sie stehen! Die Stehen! Das ist doch ein Schuttenpferd! Ich möchte nicht, dass hier Fußball erwähnt wird. Dankeschön. Handball ist auch gut. Handball ist unser Freund. Spielstand 10 zu 5. Das ist nur ein Kick, oder? Kein Versuch. Ne, drei Punkte. Das heißt, hier nur ein Kick. Das sind drei Punkte. Drei Gottverdammte Punkte mehr. Zehn zu fünf. Versuch plus Erhöhung plus Strafrecht gegen Versuch ohne Erhöhung. Kommt ihr Jungs, gebt Gas! Kommt ihr euch an, geht weiter, geht weiter, geht weiter, geht weiter, geht weiter. Hey, everyone face that way. Face that way, face that way. Beifall! Jetzt löst ihn rot. Jetzt löst ihn rot! Jetzt löst ihn rot! Roter Ball, roter Ball! Hol den Ball raus, hol den Ball raus! Bundspiel! Hoch! Jungs, aggressiver in Iraq! Wer auf dem Boden liegt, darf den Ball nicht mehr mit der Hand spielen. Der ist weg, der ist raus. Der kacke. Der gelegt wurde halt, ja. Der muss so gucken, dass er so schnell wie möglich da rauskommt, um dann wieder rumzugehen. Wenn du dich auf den Ball schmeißt, dann blockierst du den Ball. Und er ist nicht... Wenn er einen Hand macht? Bitte? Wenn er einen Hand macht? Ja, nee, also du schmeißt dich drauf, präsentierst ihn deinen Leuten, die steigen drüber. Und mehr machst du nicht mehr dann, ja? Erst wenn du wieder stehst, darfst du dann eingreifen. Warten finden! Es ist halt anders. Komm, 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 komm! Raus, raus! Ja, komm! Jawoll! Jawoll! Jetzt doch nicht als 9 rein. Sondern? 9, 4, ah, hier. Und 12. Also bin ich auch... Quasi die 12, ne? Ich stehe mal einen Ticken weiter hinten als 12, oder? Ja, das sind 14 und 11 stehen eher weiter hinten. Ja, aber wenn nicht, ich spiele ja Bibi an, die 13, ne? Also du... Für Thomas kommst du rein? Für Thomas kommst du rein? Ja, genau. Okay. Ich hinterlaufe mich quasi wie Bibi immer so ein bisschen, ne? Ich spiele zu ihm, dann laufe ich nochmal mit ihm. Kannst du machen, auf jeden Fall. Dann versuch der Überzahl zu schaffen. Ja. Ibu, du hast auch schon Center gespielt, gell? Kannst du mal ein paar Tipps geben? Spiel erster Center. 11 oder was? Nee, 12. 12. Im Prinzip stellst du dich im Flügel auf in der zweiten Position. Nicht Flügel, ne? Was? Center. Da. 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 Und drauf, drauf, kommt. Da. Da. Sehr gute! Binni, Binni, Binni! Stellen, Stellen! Komm her! Hör mal hier! 9 geht's? 21 kommt, ja. 1, 2, 2 geht! Alles im Moment? Weihnacht! Bibi! Warte, warte! Hier ist der Bibi! Kommt, ihr müsst schneller sein! Patrick! Bitte sehr! Geht doch einmal! Good, Josh! Ja! Ja! Josh! Leave the head off! Geh zurück! Komm doch mal, da ist alles auf! Wenn er eins spielt, laufen wir zusammen drauf! Geh mal in der hinten! Gut, das ist okay! Ja, ist besser so, als wenn er nicht rausgeht. Ich finde das so gut. Wir sind alle hier! Wir sind alle hier! Wir sind alle hier! Ich bin alle hier! 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 Komm hoch! Komm hoch! Mann! Komm links! Mann! Kommt nicht raus! Komm lang mal! Mann, mach dich warm! Mach dich! Rechts! Rechts! Komm wrang! Ja! 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 Rothёнger! Will! Schattel! Wien, wien! Ers'ætrikernodist ? Je te用mels... Ok! Osaade! Gary, 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 you have number two, for number two, for our hooker, good job, Thomas, good job, man. Weiber. Aber echt, die Freunde. Die Männer spielen zu lachen, ey, da wirst du ... Die sind ja selbst, die sind hier. Und raus, komm wieder her! Hey, warte, warte! Schnapp, dann! Ja! escapes. 10! Ru Buff und sauber raus kicken! Das ist dir, David. David! Bravo, guter Kick. Wer spielt 9? Demi. Ja, ich spielt 9. Wer spielt 10? 10, das muss ... Björn, ich glaube. Björn ist 10. Björn? Ja, du Blitzböne, das weiß ich doch. Let's give it again, Jonas. Hier, hier. Hier, hier, hier. Good job. Let me see some vertical there, Josh. Why? Der Arm. Josh! Go start, Jonas! Liege! 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 Dankeschön, letzter Fuß rot! letzter Fuß rot! Dankeschön! Job gut! 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 Ja, Paul! Ja, Paul! Roll! Der Iber. Jetzt lassen Sie mich nicht weg, Drücke! Weg! 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 Wasser, Wasser, weg! Zehn, komm, weg! Zauber! Weg! 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 Wir haben ein paar Bälle, die wir haben. Ich verstehe hier alle Maitre? Ich verstehe nicht. Im Moment ist es noch so, wir haben uns ein bisschen Angst. Ja, ich habe das Gefühl, wie es das ist. Ich kann das nicht mehr so sagen. Ich bin wirklich der Bällegeber. Rennen! 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 Raus! 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 Ja! Rennen! Jawoll! Jawoll! Hey, hey! Untertitelung des ZDF, 2020 Spannend. Ich habe ein super Richtmikrofon. Scheiße. Ich habe einen Strap geknockert in der zweiten Hälfte. Ich habe einen Strap. Ich habe einen Strap. Ball verloren, lass uns zusammenbrechen. Strafkick. Ich glaube, ich hänge. Ich habe einen Strap. 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 Er hat Triumphiert. Wir müssen nach vorne. Fett, 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 Fett! Auf, Divo! Ja! 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 Rot, Rot! Und aus jetzt! Meine Liebte! Schön, Divo! Geh! Sechter Rot! Sechter Sech! Gut, recht, ja! Auf, mehr, raus! 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 Auf, mehr, armed, rein! Auf, more, weg! Auf! Der Pass auf ein Ball war gut. Die Pass auf ein Ball war gut. Sie haben es in der ersten Ball? Nein, es war in der ersten Ball. Wie lange dauert es? Sie haben wir die Ballen. Telefon! Beine! Fassen! Warten! Wimten! Stoppen die Hochfeier! Hütteln! Wimten! 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 ...und planen Sie wollen! 22, move, get done. Freilfang muss zu Bord sein, hierher. Hier zu Bord, zu Bord, zu Bord. Aus! 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 Auf Jungs! Auf Jungs! Mach die Kraft! Aus! 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 Das war Bartoche wieder? Nein, das war Bartoche. Das war Lars. Lars, der Typ 11. Der Mann, der Mann, der Mann, der Mann, der Mann, der Mann. Wie sind die Tiere? Die Tiere haben die Dämpfe? Die Tiere. Wie wenn sie sich die Dämpfe haben. Die Fäbel, Fragile. Willst du den match sehen? Nach dem match? Nein, morgen. Morgen? Ich weiß nicht, ich kann nicht. Ich habe keine Zeit. Ich habe viel Arbeit. Ich bin nicht sicher. Ich hab einen Wich-Kampen. Das ist das Problem. Der Wich-Kampen ist eines in der Nähe des Spanens. Ich habe einen Wich-Kampen. Ganz klar. Ich habe einen Wich-Kampen gesehen. Ich bin bei Rui. Es ist richtig, ich habe einen Wich-Kampen gesehen. Das ist klar. Das ist klar. Ich habe einen Wich-Kampen gesehen. Ich werde ihn sehen. Das war's für zwei Wochen. Wir waren alle auf dem Pappen. Der Pappen war voll. Es war eine gewissene Atmosphäre. Mein erstes, Lass uns das Pappen retten! Gehen Sie, ein Essay! Das ist eine Merde! Wenn es zu lang dauert, wenn du merkst, es dauert zu lang, dann stoppt er. Manchmal lässt er weiter. Jetzt die Karte gewinnen, das Ding raus! Komm, der Rasse! Das war's für uns. Das ist jetzt weil wir nicht so gut sind. In Form? Das war's für dich. Das war's für dich? Nein, nein. Das war's für dich? Nein, das war's für dich. Wir haben bereits in Januar. In Januar? Ja. Wir haben auch noch gewinnen. Schönen und die Schönen zu klären. ... und die Wren sind zu klären. Das war's für dich. ... und die Schönen zu klären. Alles war's für dich! Nein, nein, nein! Das war's für dich. Die Karte der Treibenden On kannst noch mit dem Angriff. Das ist nur ein Aufmerksamkeit. Ich hoffe, dass wir nicht echt gut gehen. Wir haben die Karte der Hügel hungry. Der Karte der 3, die Miel machen. 13,5. Wir kommen ein und dann haben wir es. Das ist gut. Jungs, da greifen wir Zugang. About six more minutes, guys. Sorry, Gary. Sechs Minuten. Auf geht's! 20,5. Auf geht's! Auf geht's! Ball, ball! Good call! Aus! Aus! Biz! Aus! Da geht aberqu proposal gekommen. Oder mit gar nichts aus? Aus! Ja, es wird wohl, also es muss ein Vorball dann gewesen sein, aber habe ich jetzt auch nicht gesehen. Meinst du jetzt da hinten? Achso, ja, das war ein Versuch für die. Ja, aber ist nicht durchgegangen. Ja, 15-5 jetzt. Kein Touchdown, Versuch. Versuch. Oder auf Englisch. Tja. Hol den, hol den, jawoll. Ja, hier. Gebraucht, gebraucht. Regen, vor. Meine Hände sind rot, danke, noch weg. Regen. Florian. Oh, ja, rechts. Regen, rot weg, danke. Ganz schön. Stürmer vor. Blut. Krampfparade. Das erste Spiel nach Bayern. Alle fett und zufrieden. Alle fett und zufrieden. Das erste Spiel nach Bayern. Das Team so gut sind. Ich bin jetzt ein Spiel nach Bayern. Das ist ein Spiel... Ich versuche es jetzt noch nach. Es war ein Spiel gegen Vorbatt. In an Januar. Es sind nicht alle Päuber. Das ist ein Spiel. Es ist ein Spiel. Gas geben! Runter, runter, runter! Ausgehen! Geht gut, gut, gut! Geht gut, gut, gut! Geht gut! Ja! Geht gut! Wir gehen, wir gehen! Geht gut! Geht gut! Jawoll, Mardu, rennt gut! Trummтер, 챙kell 음 индn des Landes. Zyl колäer, energies! Die damit, gibub! Nicht �er. Die damit, gibt es Sergey Pennsylvania. Tiger. Sehr Ahnung, das geht weg. Jetzt gehts los. Ein Twelve-und-und-und-und-und-und-unds något White sind-und-und-und-und. Habe ich gleich. Ich habe es gefl德 und herbe. Quats因 der Lauf? Kатив! Habe ich vor eine Start-Seite schon. Ich habe es vor einen Moment bekommen. Einmal ist die Strecke. Dann ist es noch nicht cool! Was ist denn da in Irland gespielt? Wir sind in der Mitte. Runter, 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 lösen, gut! Roland, Roland, schiebt mich! Unser Ball, schiebt mich! Schiebt mich! Aus, schiebt mich! Schiebt mich! Roland, schiebt mich! Roland, schiebt mich! Uf, uf, uf! So ist die Team. Schiebt mich! Schiebt mich! Schiebt mich! Schiebt mich! Schiebt mich! Geh, geh, geh! Geh, geh, geh! Geh, geh, geh! Hol den Ball, hol den Ball! Oh, das sind noch ein paar Kinder. Acht auf mich. Wir müssen noch Hannover abnehmen. Zweine West. 96 geht gerade so lang. Ja. Danke. Ist gut. Nachher. Mach mal. Ach gut. Hast du dir zu? Oh! Haben wir den Himmel schon mal gesehen? Ja, Jura. Bei der Jura-Mediziner-Fahrt. Zephani. Ist gut. Da war's. Wo die ganzen Mediziner und Juristen waren. Also, es wird echt die Glühle. Ich hab's nicht gesagt. Ich hab's nicht gesagt. Aber sie haben. Ich hab's nicht gesagt. Ich hab's nicht gesagt. Das ist das. Ein Person von dir. Welcher? Ich hab's nicht gesagt. Oh Gott. So was macht den Sport kaputt. Wie ihr Fall. Na ja. Rammelowski. Schlechtes ist hier, wie ich je gesehen habe. Oh was. Ich hab's nicht gesagt. Ich brauch Peppys Tasch. Irgendeine Nina aus Göttingen, ne? Mit den Haaren liegen. Ach die hat er. Der hat doch zwei Zehner. Doch ein Nina. Ich kann's ja nicht sagen, welches Peppi Sascha ist. Was? 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 Schwarz T-Shirt für Trophäen. Schwarz T-Shirt ist das? Ja. Ja. Ziemlich weit vorne. Also liegt man ja auf jeden Fall hier schwarzes Titel. Heww! Juhu, juhu, juhu! Dem hast du doch den Tag rumgemacht. Mit Nina war der doch nicht da. ZHG. Warum kommen sie immer mehr zufällig? Randwohren hat. Ja, vielleicht habe ich dich damals. Halmer, Halmer. Handwohren. Dieser Zerber. Dieser Zerber.